Herzlich Willkommen zu den Momentum Aktien aus dem Nasdaq und aus dem Bereich KI an diesem Freitag. Wir blicken ja einmal im Monat auf genau diese Werte, die uns interessieren und die wahrscheinlich auch von der Performance her zumindest die höchste Volatilität bringen. Mal sehen, wie es im letzten Monat ausgesehen hat. Dazu begrüße ich auch gleich nach dem Intro den Roland Jägen. Und da sind wir auch schon. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen Tag. Ja, schön, dass wir wieder zusammengekommen sind heute, um die Momentum Aktien zu besprechen. Da gibt es ja immer ein ganzes Potpourri, was zusammengefasst ist in einer sogenannten Box. Ganz genau. Wir haben ja mittlerweile zwei Stockboxen, die wir hier mal besprechen. Die eine Box besteht aus acht Aktien des Nasdaq 100 Index. In der anderen Box sind acht Aktien der künstlichen Intelligenz enthalten entsprechend. Diese ist sehr stark nachgefragt worden in den letzten Monaten, hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Von daher schauen wir gleich gerne einmal drauf, wie sich der April dargestellt hat und welche Änderungen es jetzt entsprechend am 1. Mai gab und wie sich auch die Aktien seitdem hier entwickelt haben. Für all die, die das Momentum Konzept noch nicht kennen, haben wir natürlich auch ein paar Informationen vorab aufbereitet. Ganz genau. Ganz kurz ein paar allgemeine Infos auch noch zu dem Prinzip entsprechend, das wir hier anwenden, das Momentum Prinzip entsprechend nach dem Risikohinweis. Das Konzept bezieht sich darauf, auf den wissenschaftlichen Studien, die insbesondere von Eugene Farmer und auch von dem Herrn French aufbereitet worden sind. Und dafür gab es auch den Wirtschafts-Nobelpreis schon im Jahr 2014 entsprechend. Es geht hier darum, stärksten Outperformer eines Aktienindex oder eines Sektors entsprechend zu halten. Das heißt, die Aktien, die in einem bestimmten Zeitraum, und wir beziehen uns hier immer auf die letzten drei Monate, die größte Performance, den größten Wertzuwachs aufgewiesen haben. Und schwächere Werte werden einfach schnell und kontinuierlich durch neue Outperformer, durch stärkere Aktien ersetzt. Und das geschieht bei uns immer einmal im Monat, immer am ersten Werktag entsprechend des Monats. Und hier sieht man dann auch links nochmal den bekannten Eugene Farmer, der dafür den Nobelpreis bekommen hat. Er hat Kapitalmarkteffekte sehr stark untersucht, Anomalien, die bei Aktienmärkten auftreten. Und ja, die einzige Anomalie, die er letztendlich gefunden hat, ist dieses Momentum-Prinzip. Und ja, das besagt eben, dass Aktien, die in der jüngsten Vergangenheit gestiegen sind, tendenziell auch in der näheren Zukunft wieder steigen und umgekehrt. Und das ist so ein bisschen, ja nicht unbedingt intuitiv, sondern etwas gegen vielleicht die eigene Intuition. Weil als Investor neigt man dazu, möchte ich einmal sagen, eher zu versuchen, Aktien günstig zu kaufen und dann höher zu verkaufen. Aber er kommt eben zu dieser Schlussfolgerung, dass mehr Performance, mehr Rendite, mehr Geld erwirtschaftet werden kann, indem man hochsteigt, also in Aktien, die schon eine gewisse Bewegung hingelegt haben und dann eben noch höher verkauft. Und ja, jetzt schauen wir uns die beiden Boxen einmal etwas näher an und welche Änderungen es gab. Wir hatten ja im vorletzten Monat die Allzeithoß entsprechend, das sehen wir auch gleich in der Grafik. Demzufolge, es war ein negativer Monat, aber das hatten wir auch in allen Indizes. Also der Nesdaq 100 war deutlich im Minus, ähnlich auch wie der S&P 500 oder auch der Dow Jones. Seitdem haben sich die Märkte natürlich schon wieder gut erholt. Also der Mai hat eigentlich fulminant begonnen, aber der April war negativ entsprechend und es gab zwei Aktien wechselentsprechend. Und zwar die NXP Semiconductor ist neu hinzugekommen in diesem Monat, genauso wie The Trade Desk. Alle anderen sechs Werte sind weiterhin in dieser Box enthalten und die kennen wir entsprechend schon aus dem letzten Monat. Also ich nenne sie auch nochmal kurz und dann gehen wir auch gleich noch auf die einzelnen Charts näher ein. Das ist zum einen Constellation Energy, dann ist auch noch ein weiterer Energiewert dabei mit Diamondback Energy. Der NVIDIA ist weiterhin mit dabei, genauso wie eine Micron Technology. DoorDash entsprechend auch noch hier mit in der Box, genauso wie die Applied Materials. Und dann schauen wir auch gerne hier einmal auf den Chart. Also im letzten Monat haben wir hier über die Allzeithoß gesprochen und jetzt sieht man entsprechend den kleinen Rücksetzer hier im Chart. Aber nichtsdestotrotz, seit wir diese Box hier auch handeln, sind es mehr als 276% Rendite. Und seit 1. Mai können wir auch gerne mal hier in eins unserer Live-Depots, in eins unserer Musterdepots reinschauen. Da sieht man, diese acht Aktien haben sich fast alle gut entwickelt. Aktuell liegen alle Aktien teilweise deutlich im Plus seit 1. Mai. Nur die DoorDash ist aktuell die einzigste Aktie, die hier die negative Performance seit 1. Mai aufweist. Ja, und dann gehen wir auch gerne noch zu der zweiten Box über, der KI-Stockbox, in der acht Aktien der künstlichen Intelligenz enthalten sind. Also wir haben insgesamt so ein Basket von ca. 60 Aktien und da wählen wir entsprechend auch auf Basis des gleichen Prinzips, auf Basis des gleichen Ansatzes zu Beginn des Monats die Aktien aus, die in den letzten drei Monaten hier am besten performt haben. Und ja, das sind diese Aktien. Hier gab es etwas mehr Wechsel entsprechend, etwas mehr Volatilität könnte man auch sagen. Also hier wurden fünf Aktien ausgetauscht. Wir haben drei alte Bekannte mit dabei, mit der NVIDIA natürlich wieder der Tenet Healthcare, die schon seit einigen Monaten hier mit dabei ist. Und über die Davida haben wir auch im letzten Monat hier schon mal gesprochen. Alle anderen fünf Aktien sind neu mit dabei. Wir haben hier eine Coupang mit dabei, eine Tetratec, eine R1 RCM entsprechend, eine Encompass Health und die Alphabet, also die Google-Mutter, ist hier auch neu hinzugekommen. Und das ist jetzt auch seit vielen Monaten der erste negative Monat. Wir hatten nur ganz zu Beginn des Starts hier im Oktober des letzten Jahres einen negativen Monat. Und ja, seitdem hatten sich diese Boxen oder hatten sich diese Box und diese Einzelwerte sehr, sehr gut entwickelt. Und jetzt sieht man hier auch einen kleinen Rücksetzer entsprechend. Aber nichtsdestotrotz war es bisher ein sehr, sehr gutes Jahr und auch eine sehr, sehr gute Performance. Und da können wir uns gerne die Einzelwerte jetzt im Chart mal etwas näher anschauen und auch bei dem einen oder anderen Unternehmen, das vielleicht der Zuschauer noch nicht kennt, auch kurz mitteilen, was die Unternehmen denn so machen. Ja, zuvor wollte ich noch eine Sache anmerken. Man denkt ja, dass die KI-Aktien noch einen Tick weit volatiler sind als die Nestec-Werte. Aber wenn man sich die Box anschaut, war da das Minus geringer bei der KI-Box. In diesem Monat war es in der Tat so. Also da war nicht unbedingt die große Volatilität vorhanden, sondern es war ähnlich wie, die Box hat ähnlich abgegeben wie der Nestec 100. Der lag ja auch so bei minus 4,5, minus 4,6 Prozent. Von daher nicht unbedingt mehr Volatilität zu erwarten. Es sind ja auch viele etablierte Werte mit dabei. Wir haben über eine Nvidia gesprochen oder auch eine Alphabet. Das sind ja Werte, die genauso auch im Nestec 100 enthalten sind. Aber es gibt natürlich ein paar andere Werte, die nicht aus dem Nestec stammen, aber nicht unbedingt volatiler sind. Was ich von den Momentum-Strategien gelernt habe, auch für meinen Alltag, ist zum Beispiel, dass ich auch nicht immer nur das preiswerteste kaufe. Zum Beispiel gibt es beim örtlichen Discounter kurz vor Ende der Öffnungszeiten auch manchmal noch Sonderangebote. Und da habe ich mir neulich so eine Schale Himbeeren gekauft und die Hälfte darunter liegen, die waren so zermatscht, die konnte ich nicht genießen. Und damit war der Preis eigentlich am Ende derselbe, als wenn ich die teurere Bio-Wahl genommen hätte. Ganz genau. Das ist eigentlich ein guter Vergleich entsprechend. Von daher eine Aktie, die ganz gut gelaufen ist, die den Turnaround dann auch schon geschafft hat langfristig, die neigt auch oder tendiert dazu, auch häufig für einige Wochen, Monate gut zu laufen. Und Aktien, die sich in einem Abwärtstrend befinden, das haben wir uns ja auch schon häufig angeschaut, egal ob es mit einer NIO, einer Lucid oder auch mit einer Paypal der Fall war im letzten Jahr, die tendieren dazu, wirklich über Monate, teilweise über Jahre auch diesen Abwärtstrend beizubehalten und fortzusetzen. Und ja, da ist eher davon abzuraten, da in der Tat auch ins fallende Messer zu greifen. Genau. Man selbst kann mit seiner Order auch so einen Verfall ja nicht stoppen. Aber man kann in einen Rücksetzer einsteigen und vielleicht ist das nach einem Monat Minus in der Momentum-Box dann auch eine sehr gute Gelegenheit. Bei Nvidia war es tatsächlich eine gute Gelegenheit. Fangen wir mal mit dem Platzhirschen an im Mikrochip-Bereich. Die Aktie hat in den letzten Wochen tatsächlich an Marktkapitalisierung wieder nach der Korrektur um 400 Milliarden US-Dollar zugelegt. Genau. Die hatte eine kleine Schwäche hingelegt hier entsprechend. Im April war kurzzeitig auch mal unter diese wichtige Unterstützung bei ca. 850 Dollar zurückgefallen, aber fand auch in diesem Bereich von ca. 770 Dollar Kaufinteresse und hat mittlerweile auch die wichtigen Unterstützungsniveaus hier zurückerobert. Liegt auch über den markanten, gleitenden Durchschnitt, also über dem 20- und 50-Tage-Durchschnitt. Und ja, die Zahlen stehen bald an, auch bei Nvidia. Das ist immer eines der letzten großen Unternehmen, der letzten Big-Tech-Unternehmen, die dann hier auch Quartalszahlen vermelden entsprechend. Und ja, die Chancen stehen nicht gut, dass vielleicht hier auch bei positiven Zahlen dann nochmal die Allzeithochs und vielleicht sogar die runde Marke von 1.000 Dollar, auf die viele ja schon warten, angelaufen wird. Die Aktie auf jeden Fall weiterhin ganz klar hier in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Und nach dieser kleinen Verschnaufpause ist das Momentum auch auf der Oberseite ganz klar wieder vorhanden. Ja, die Nvidia-Quartalszahlen erwarten nicht nur die Anleger und Anlegerinnen, die die Aktie jetzt schon die ganze Zeit beobachten, sondern auch Neulinge in dem Bereich. Tatsächlich gibt es noch Analystenhäuser, die bisher noch kein Covering vollzogen hatten. Und da kommt jetzt Evercore ICI hinzu. Und die haben das Kursziel mit der ersten Einschätzung der Aktie auf 1.160 schon mal gefasst. Ja, deutlich über der runden Marke von 1.000 Dollar. Da gibt es auch noch weitere Analysten, die sich auch in diesem Bereich befinden mit ihrer Prognose. Von daher scheint da zumindest mittelfristig auch noch einiges an Potenzial vorhanden zu sein. Und ich denke, diese Konsolidierung, die Seitwärtsbewegung tut der Aktie sehr, sehr gut. Also sie hat ja schon im letzten Jahr einen fulminanten Run. Und ja, in diesem Jahr ist sie fast parabolisch gelaufen. In den ersten drei Handelsmonaten entsprechend hat sich mehr als verdoppelt entsprechend und in kürzester Zeit. Und daher tut diese Konsolidierung der Aktie auch sehr, sehr gut. Ja, wobei Enbit ja durchaus Konkurrenz bekommen hat. Es sind ja noch mehrere Chipwerte in der Nestec-Box vorhanden. Ich würde gerne mit der NXP-Semikontakter starten, die jetzt wieder eingestiegen ist in die Box, die wir auch schon mal ausführlich analysiert hatten. Und da sieht das Chartbild nämlich sehr, sehr optimistisch aus. Ja, das auf jeden Fall. Die Aktie hat hier auch Schwäche gezeigt. Im April entsprechend hat sie aber fast punktgenau auch eine wichtige Unterstützung in Form des 200-Tage-Durchschnitts getestet. Und seitdem hat sie wieder einen schönen Run hier hingelegt. Stagniert hier aktuell auf hohem Niveau, auch im Bereich der Hochs, die wir hier im März ausgebildet haben. Und ja, ich denke, in Kürze könnten diese hier auch gebrochen werden und dann vielleicht ein weiterer Aufwärtsimpuls hier stattfinden in der Aktie. Auf jeden Fall auch ein schöner Aufwärtstrend, ein mittel- und langfristiger Aufwärtstrend, der hier vorhanden ist. Und nach dem Rücksetzer wurde auch dieser Trend wieder aufgenommen. Und da soll es auch starke nächste Quartale geben, hat das Unternehmen zumindest gemeldet. Und da gibt es ja tatsächlich auch Verbindungen in die Niederlande. Also das Unternehmen ist kein rein amerikanisches. Ja, in der Tat, da gibt es Verbindungen nach Europa in die Niederlanden. Und da ist man sehr breit aufgestellt, entsprechend auch natürlich in den USA vorhanden, als auch hier in Europa. Und ja, da darf man sich auch noch auf einiges gefasst machen von diesem führenden Halbleiterunternehmen. Es geht da insbesondere auch um Mikrocontroller, um Sensoren, um Hochfrequenzlösungen. Also da ist man auch sehr, sehr breit aufgestellt mit seinen fortschrittlichen Technologien und spielt auch in der Tat eine zentrale Rolle hier in dieser Chip- und Halbleiterindustrie. Ja, vor allem im Mobilfunkbereich. Da soll das Wachstum bei 34 Prozent liegen. Und da werden ja nach 5G wahrscheinlich auch noch weitere Stufen ausgebaut. IoT ist auch das Thema, Internet of Things und so weiter. Sofort von dem Wert werden wir sicherlich noch ganz viel hören. Genauso wie von der Micron Technology, die es ja geschafft hat, nach sehr, sehr schwachen Quartalen und auch dicken Verlusten jetzt wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Ja, die hat ja Anfang des letzten Jahres ja auch den Turnaround geschafft. Entsprechend ist in einen schönen Aufwärtstrend übergegangen. Und zu den letzten Zahlen hier ist die Aktie förmlich explodiert, könnte man sagen. Hier im März dieses große Gap auf der Oberseite mit den neuen Hochs. Dann hat die Aktie etwas nachgegeben, hat aber nicht einmal den 50-Tage-Durchschnitt getestet, könnte man sagen. Und ja, in den letzten zweieinhalb Wochen auch diese Aufwärtsbewegung wieder entsprechend aufgenommen. Hier ist so eine kleine Hürde auf der Oberseite, die es vielleicht noch zu überwinden gilt. Diese Marke von ca. 121, 122 Dollar in diesem Bereich oder knapp unter dieser Hürde konsolidiert die Aktie auch im Verlauf dieser Handelswoche. Darüber wäre dann sicherlich auch wieder der Weg frei hier zu den alten Hochs bei ca. 130 Dollar. Ja, und knapp drüber liegt auch ein Kostziel wieder von einem Analystenhaus, was vielleicht ein bisschen unbekannt ist. Bayard wird das ausgesprochen, B-A-I-R-D. Und da ist das Kostziel jetzt nochmal angehoben worden auf sogar 150 Dollar. Also durchaus sehen hier einige Analysten noch Potenzial. Und ich denke, in diesem Aufwärtstrend kann man durchaus davon ausgehen, dass hier die Hochs getestet werden und dann vielleicht sogar neue Hochs ausgebildet werden. Auf jeden Fall eine spannende Aktie und es lohnt sich weiter, hier dabei zu bleiben. Die konkurrieren ja nicht direkt mit NXP, denn NXP-Semikonduktor, die bauen ja eher die Chips, die Taktgeber für Rechenleistung. Und bei Micron Technologies werden dann die Speicher, die für die Operationen zugänglich sind, also die DRAM-Speicher gefertigt. Das ergänzt sich vielleicht ganz gut. Und bei Applied Materials, die schlagen ja auch in die Schneise, dass man sehr, sehr viel technisch noch aufrüsten wird in den nächsten Jahren. Gerade wenn es ein Thema in künstliche Intelligenz gibt. Wie sieht es denn da im Aktienkurs aus? Ja, auch sehr, sehr gut. Die Aktie ist ja auch im langfristigen Aufwärtstrend entsprechend seit, ja schon seit Herbst 2022 entsprechend. Zu Beginn diesen Jahres auch eine sehr, sehr starke Bewegung und seitdem eher eine Konsolidierung, die die Aktie hier zu verzeichnen hatte. Aber weiterhin auf hohem Niveau. Nach der kleinen Schwäche, die wir hier im April gesehen haben, wurde auch dieser Aufwärtstrend hier wieder aufgenommen. Man hat den 50-Tage-Durchschnitt zurückerobert und steht vielleicht auch kurz davor, diese Marke von 215 Dollar, also die alten Hochs hier zu testen. Hier geht es ja wirklich mehr um Dienstleistungen für die Halbleiter, aber auch für die Solarindustrie und man produziert daneben auch natürlich komplexe Maschinen und Technologien, die einfach benötigt werden von den Halbleiterproduzenten. Also man bietet die Maschinen an, aber auch entsprechend um die Dienstleistungen, um diese Maschinen und um diese Produkte herum. Und auch da ist das Thema KI in den letzten Quartalszahlen mit betont worden. Das ist eines der Wachstumstreiber und damit kommen wir zu einem Unternehmen, was eigentlich gar nicht für Chip-Herstellung bekannt ist, aber was in dem Bereich auch eigene Ambitionen hat. Die Alphabet-Aktie oder auch der Google-Mutter-Konzern, der überraschte mit sehr, sehr starken Quartalszahlen auf allen Ebenen. Ganz genau, sehr, sehr starke Zahlen. Wir hatten auch schon im Sonderformat darüber berichtet und ja, die Aktie hat nach den Zahlen auf Allzeithochs hier eröffnet. Im Bereich von 174 Dollar und seitdem konsolidiert sie aber auch auf hohem Niveau über den alten Allzeithochs entsprechend. Von daher auch eine Aktie in einem sehr stabilen, starken Aufwärtstrend. Die Zahlen haben überzeugt. Man ist hier schon sehr, sehr weit, auch was das Thema KI anbelangt, auch vielleicht schon ein Stück weiter als eine Meta oder ähnliches, wo ja noch sehr stark investiert werden muss, was Mark Zuckerberg ja vermeldet hat zu den letzten Zahlen. Aber bei Alphabet kann man hier schon erste Früchte auch der Arbeit ernten, was man in den letzten Quartalen geleistet hat. Und die Zahlen sahen sehr, sehr gut aus, sowohl was Umsatz und Gewinn und insbesondere auch die Prognose für die nächsten Quartale anbelangt. Ist vielleicht deswegen die Aktie in die Box reingekommen und Meta rausgeflogen? Ja, ist durchaus möglich. Die Meta hat ja doch abgegeben nach den Zahlen, die Alphabet, die Google-Aktie hat deutlich zugelegt nach den Zahlen. Von daher, die Meta-Aktie ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Die ist ja auch weiterhin in einem Aufwärtstrend, aber nicht ganz so gut wie in der Alphabet. Von daher, auch vermeintlich gute Aktien werden hier sehr häufig durch noch bessere ersetzt. Ja, und manchmal auch durch welche, die man vorher noch nicht kannte. Ich dachte, jetzt geht es hier um Coupon oder Coupon. Nein, es geht um Coupon. Das Unternehmen ist im Online-Handel tätig und ist seit 2010 übrigens schon am Markt und sitzt in Seoul. Das ist Südkorea. Genau, es ist ein führendes südkoreanisches E-Commerce-Unternehmen, das eine sehr breite Palette von Produkten und Dienstleistungen hier auch über seine Online-Plattform anbietet. Und ja, auch da ist KI natürlich ein starkes Thema in diesem Segment. Das Unternehmen ist insbesondere bekannt für seine schnellen Lieferungen, die teilweise sogar am selben Tag stattfinden. Und da kann KI natürlich helfen, diese ganzen Lieferprozesse auch zu optimieren und die ganze Logistik einfach effizienter zu gestalten. Netto-Wachstum von 28 Prozent. Also das ist im Online-Handel bei der Größe sicherlich eine Seltenheit. Ja, es ist in der Tat eine Seltenheit. Die Aktie hat auch noch Potenzial. Wenn man mal schaut, die Allzeithochs sind hier doch deutlich entfernt. Hier im Bereich des IPOs bei 68 Dollar. Und davon ist die Aktie weit entfernt. Sie hatte eine lange Durststrecke, eine lange Konsolidierung hier von knapp zwei Jahren hinter sich. Ist aber seit Beginn des Jahres, seit Februar eigentlich richtig angesprungen entsprechend. Man sieht ja auch das Gap auf der Oberseite hier im April. Und die Aktie kann sich sehr, sehr gut halten hier auch über der 20-Dollar-Marke. Und ich denke, das ist auch die Hürde, die es zu halten gilt. Und nach der Konsolidierung könnte hier entsprechend vielleicht der nächste Impuls dann bald gestartet werden. Ja, und mit einem Anlauf Richtung 25 und dann auch vielleicht Richtung 30-Dollar-Marke. Das ruft auch schon der ein oder andere Analyst aus. Von daher sicherlich eine spannende Aktie, die noch einiges an Potenzial auf der Oberseite zu bieten hat. Ja, und die auch noch stark expandieren könnte. Denn man verfügt über liquide Mittel von über 5 Milliarden US-Dollar. Also da kann man durchaus noch den einen oder anderen Konkurrenten zukaufen. Oder auch weitere Tools zuschalten, wie vielleicht auch Tools von The Trade Desk. Wobei für 5 Milliarden bekommt man das Unternehmen nicht mehr. In der Tat nicht. Ja, zu Coupang vielleicht noch. Genau, man investiert mittlerweile sogar in Online-Streaming und so weiter in Südkorea. Von daher gibt es da wirklich einiges auch noch an Expansionspotenzial. The Trade Desk, ja, auch eine sehr, sehr spannende Aktie. Da haben wir auch schon mal in einem Einzelformat drüber berichtet. Die war sehr stark eigentlich zu Beginn des letzten Jahres. Und seitdem ist es eine große Seitwärtskonsolidierung, die wir hier sehen. Aber die Aktie hat jetzt mehrmals hier auch angeklopft an diese Hürde, an diesen Widerstand von ca. 92 Dollar. Von daher die Wahrscheinlichkeit, dass dieser vielleicht auch beim nächsten Test auf der Oberseite genommen werden kann. Und der Ausbruch erfolgt, steigt eigentlich zunehmend. Von daher sicherlich eine spannende Aktie. Auch aktuell, wer noch nicht investiert ist. Man sieht, die Allzeithochs liegen auch noch ein Stück weit entfernt bei knapp 115 Dollar. Und vielleicht könnte dann in der Tat das Momentum und die Dynamik hier nochmal deutlich zunehmen, wenn dieser Widerstand genommen wird. Und dann, denke ich, sind die 100 Dollar und auch mehr vielleicht sogar in kurzer Zeit erreichbar. Auch da haben die Analysten in jüngster Zeit, also in dieser Woche, erst die Kostziele nach oben geschraubt. Piper Sandler, ABC, Capital, Markets, Cross Securities, die liegen teilweise über 100 Dollar. Ja, in der Tat. Von daher ein spannendes Unternehmen, auch mit weiterem Wachstumspotenzial. Hier geht es ja insbesondere um Werbeplatzierungen auf digitalen Medien. Und ja, das Ganze macht man mittlerweile automatisiert entsprechend auf seiner Plattform, die man anbietet für die Werbetreibenden, um da einfach sehr schnell Kampagnen zu erstellen und über verschiedene Kanäle wie Mobilgeräte, aber auch Connected TV und auch Online-Videos zu steuern und auch natürlich zu optimieren. Ich habe das Gefühl mittlerweile, wenn ich mich am Computer befinde über mehrere Stunden und die Maus klicke, dass irgendwann auch automatisiert die Werbung für etwas zu essen eingeblendet würde und mich daran erinnerte, dass ich eigentlich Hunger haben müsste. Und da sind wir auch schon bei DoorDash. Das Unternehmen hat auch Quartalszahlen vorgelegt, wächst weiter übrigens in den USA und ist einer der großen Nahrungsmittelverteiler oder wie drückt man das aus? Ja, entsprechend, ich weiß gar nicht, wie offiziell der Sektor heißt. Es ist auf jeden Fall ein Lieferdienst. Also ich denke, in Deutschland würde man es als Lieferdienst bezeichnen, was einfach an verschiedene Schnellrestaurants angebunden ist und einfach in den USA populär ist. Und man fokussiert sich auch weiterhin auf den Heimatmarkt entsprechend und ist noch nicht in die Welt expandiert. Und ja, über die App, die eigene App, die man anbietet, können einfach sehr einfach Lebensmittel, Mahlzeiten bestellt werden, die einfach dann direkt nach Hause oder auch ins Büro geliefert werden. Und ja, was zu sagen ist, was ein negativer Punkt ist, das Unternehmen schreibt leider noch keine schwarzen Zahlen und das war auch einer der negativen Punkte. Und der Ausblick war auch nicht ganz so gut, wie es erwartet worden ist. Aber Wachstum ist ganz klar weiter vorhanden. Und die Aktie war ja in einem sehr, sehr stabilen Aufwärtstrend schon seit mehr als einem Jahr. Jetzt erfolgt ein größerer Rücksetzer in diesem Aufwärtstrend. Und nach den Zahlen sehen wir hier entsprechend das Gap. Von daher die 120-Dollar-Marke sicherlich eine Hürde, die es hier zurückzuerobern gilt. Dann wäre hier vielleicht auch Raum gegeben bis zum Gap Close. Ansonsten ja, eine Konsolidierung nach einem starken Run. Und da muss man schauen, ob dieser dann vielleicht auch wieder aufgenommen werden kann. Und da werden ja auch weiter Kooperationen immer wieder mit geschürt und vielleicht auch die Essensdienstleistung verknüpft mit Beförderungsdienstleistung, wie das zum Beispiel ja auch Uber zeigt. Also es gibt durchaus noch coole Ideen, die man an das normale Pizzaliefern anbinden kann. Ja, das auf jeden Fall. Auch da ist man weiterhin ideenreich und innovativ. Und ich glaube, von diesem Unternehmen darf man auch noch einiges erwarten. Ja, und es braucht natürlich auch für die Fahrer und Fahrerinnen entsprechende Energie. Die Kosten steigen dafür. Das kann man vielleicht auch noch negativ mit erwähnen. Also DoorDash muss hier selbstverständlich sich auch an die Mindestlöhne halten in mehreren Bundesstaaten und das in die Kostenkalkulationen mit einbeziehen. Aber apropos Energie, Constellation Energy. Das Unternehmen hat es jetzt schon mehrere Monate in der Box belassen. Also die dürfte weiter gut gelaufen sein. Die ist weiter sehr, sehr gut gelaufen. Das sieht man jetzt ja auch direkt im Chart, auch seit Beginn des Monats. Hier hat sie nochmal deutlich zugelegt. Also ist einer der besten Werte jetzt in etwas mehr als einer Handelswoche im Mai hier gewesen. Es war schon ein sehr starker Run, den wir hier im Februar und im März gesehen haben. Und danach eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau, muss man sagen. Hier über der 185-Dollar-Marke. Und jetzt entsprechend hat man hier, ja, hat das Momentum nochmal zugelegt, der Impuls, der nächste Impuls auf der Oberseite. Man hat die 200-Dollar-Marke hier wirklich direkt durchsprochen. Ist jetzt schon fast bei 220 Dollar angekommen. Also wirklich weiterhin eine der stärksten Aktien hier entsprechend aus dem Nasdaq 100. Von daher lohnt es sich auch hier weiter, in diese Aktie investiert zu bleiben. Vor allem, weil es auch das größte Unternehmen ist, was in den USA mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Das wissen viele ja gar nicht. Ja, ganz genau. Also sowohl, man fokussiert sich sowohl auf natürlich die etablierten Energien, Erdgas, Atomkraft, aber natürlich auch auf die erneuerbaren Energien. Da hat man auch sehr, sehr stark investiert und auch diversifiziert. Und das zahlt sich mittlerweile schon aus, dass man einfach sehr, sehr breit aufgestellt ist. Viel breiter als einige der Mitbewerber in den USA. Und ja, das sieht man sowohl am Aktienkurs als auch an den Umsätzen und den Gewinnen, die eigentlich in den letzten Quartalen nur so gesprudelt sind. Ja, wie Wasserenergie. Sprudelt ja ähnlich. Also da sind sie auch mit dran. Wind, Solar, Wasser und Atomenergie. Bei Diamondback Energy, da hält man sich zwar im selben Sektor auf, aber grenzt sich eindeutig zu dem Unternehmen ab. Ganz genau. Also das ist eher auf die Exploration, Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas spezialisiert, dieses Unternehmen und ist natürlich in ganz Mittelamerika da auch sehr stark vertreten. Und die Aktie auch nach dieser Verschnaufpause, könnte man sagen, über das ganze letzte Jahr hinweg auch sehr stark angesprungen. Zu Beginn diesen Jahres ist eine sehr, sehr starke Bewegung hier hingelegt von circa 160 Dollar bis über die 210 Dollar Marke hinaus entsprechend. Dann haben wir hier eine ABC-Korrektur gesehen zum 50-Tage-Durchschnitt. Und in diesem Bereich fand die Aktie auch Anfang des Monats hier wieder Kaufinteresse. Von daher, ja, der Aufwärtstrend ist weiterhin ganz klar intakt, muss man sagen. Und vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis hier auch die kürzlich ausgebildeten Hochs wieder angelaufen und vermutlich sogar überwunden werden. Und das ist auch ein Profitur von der Konsolidierung in der Energiebranche allgemein. Denn die Energy Resources, Endeavor Energy Resources, die wurde ja übernommen im Februar für 26 Milliarden, größtenteil dieser Übernahme wurde gestemmt durch eigene Aktien. Man hatte im Vorfeld welche zurückgekauft. Und das ist ja auch ein ganz guter Weg, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Ja, ganz genau. Also da ist man auch weiterhin auch immer sehr innovativ bei diesem Unternehmen, bei Diamondback Energy. Und man engagiert sich auch sehr stark im Bereich Umweltschutz. Und das ist sicherlich positiv bei einem der wichtigsten Akteure einfach in der Öl- und Gasindustrie. Das stimmt. Kommen wir in den Medizinsektor. Auch da gibt es den KI-Hype, wenn ich das mal so formulieren darf. Denn da müssen ganz viele Daten von verschiedenen Patienten, von verschiedenen Teststudien und so weiter ausgewertet werden. Und wer könnte das besser als einen Computer? Menschen brauchen da auch viel, viel länger, sind vielleicht fehleranfälliger. Die Tennis Healthcare Corporation würde ich hier als erstes mit reinnehmen. Die haben wir jetzt auch schon öfters gesehen. Genau. Die ist auch schon mehrere Monate jetzt in der KI-Box hier entsprechend enthalten. Ja, ist ein führendes Gesundheitsunternehmen in den USA. Und das betreibt verschiedene Einrichtungen in den USA. Also Notfallzentren, Krankenhäuser, Ärzte, Netzwerke und so weiter. Und bietet auch die unterschiedlichsten Dienstleistungen entsprechend an. Und die Aktie ist in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Ja, schon seit eigentlich Oktober, November des letzten Jahres. Es folgte ja auch ein Rücksetzer im April. Also da hat auch die Aktie eher geschwächelt. Aber direkt zu Beginn des Monats sieht man hier entsprechend schon wieder die starke Bewegung auf der Oberseite, die aufgenommen worden ist. Und die Aktie hat hier schon wieder deutlich zugelegt. Also knappe 15 Prozent in kürzester Zeit nochmal draufgepackt. Von daher ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, das man auch nicht direkt mit dem Thema KI in Verbindung bringen würde. Aber hier hat man sehr, sehr stark investiert, um auch die ganzen Prozesse effizienter zu gestalten. Und ja, da erntet man auch schon die ersten Früchte dieser Arbeit. Und das spiegelt sich auch schon in den letzten Zahlen wieder. Und auch in den letzten Quartalszahlen über eine Milliarde Reingewinn nach Steuern und weiteren Abgaben. Also das ist tatsächlich auch etwas, wo ein Cashflow mitfließt. Ist ja auch immer gut zu wissen sowas. Ist die N-Compath-Health Corporation im selben Sektor tätig? Schauen wir uns die Aktie gerne auch hier einmal etwas näher an. Die haben wir jetzt auch zum ersten Mal mit dabei. EHC ist hier das Ticker-Symbol entsprechend. Und da geht es in der Tat auch um Gesundheitsversorgung, um rehabilitative Gesundheitsversorgung. Also man betreibt hier verschiedene Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die sich hauptsächlich auf die Reha beziehen. Und die Aktie ist wirklich in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Also die war mir auch vorher eher unbekannt, aber ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Auch mit einer schon etwas längeren Historie entsprechend. Und die Aktie ist auch, die ist lange nicht so volatil wie viele andere Unternehmen. Das sieht man, wenn da mal ein Trend aufgenommen worden ist, dann läuft die Aktie sehr stabil in eine Richtung. Man sieht ja 50-Tage-Durchschnitt zum Beispiel. Der wurde hier schon seit Dezember des letzten Jahres nicht mehr getestet, sondern die Aktie wirklich fast täglich hier mit neuen Hochs, könnte man sagen. Und auch zu Beginn des Monats hier wieder ein sehr starker Impuls auf der Oberseite. Von daher eine sehr spannende Aktie, die jetzt hier eine Bewegung hingelegt hat. Damit zu den besten 8 KI-Aktien gehört. Und wir hoffen natürlich, dass sich dieser schöne Trend dann weiter fortsetzt. Da geht es also auch um die Rehabilitation oder postakute Gesundheitsdienstleistung. Wir würden sagen Physiotherapie. Ganz genau. Ja, das ist das, was aus Birmingham heraus Alabama hier vollzogen wird. Und eines der ganz Großen in den USA in dem Segment. Also haben wir auch wieder was gelernt. Jetzt kommt nicht etwa von Star Wars der R2-D2, sondern der R1-RCM Inc. Die Aktie vielmehr. Da muss die Aktie auch gerne hier noch an. Ja, was macht das Unternehmen? Also es geht hier auch, es ist ein Begriff, den ich auch vorher nicht gehört habe, Revenue Cycle Management im Gesundheitswesen. Darauf ist man spezialisiert. Also es geht hier insbesondere um Dienstleistungen und Technologien, die auch mit den Abrechnungsprozessen, mit der Patientenregistrierung und auch der Zahlungsabwicklung in medizinischen Einrichtungen anbelangt. Und da ist man sehr bekannt für seine Lösungen, die man halt den unterschiedlichsten Gesundheitsdienstleistern hier anbietet, um einfach deren finanzielle Abläufe auch zu verbessern, effizienter zu gestalten und zu optimieren. Und ein spannendes Unternehmen, das hier auch sehr stark angesprungen ist zu den Zahlen im Februar, seitdem ein Rücksetzer hingelegt hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn man die 3-Monats-Performance hier heranzieht, sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend befindet. Also man sieht, die Aktie ist nicht ganz so stark wie die anderen charttechnisch betrachtet. Aber nach dieser Konsolidierung hier auf diesem Niveau von ca. 12,5 bis 13 Dollar könnte da vielleicht wirklich der richtige Turnaround hier gelingen, um auch charttechnisch nochmal in einen Aufwärtstrend überzugehen. Von daher auch eine Aktie aus einem interessanten Sektor mit weiterem Potenzial hier auch vielleicht in den nächsten Monaten. Ja, und ich war selber tatsächlich neulich mal in der Notaufnahme mit dem Nachbarn, dem ist was passiert. Ich war so hilfsbereit und habe da gemerkt, wie schwammig da teilweise die verschiedenen Dienstleistungen erstmal zusammengesucht werden müssen. Was ist bezahlt? Was wird bezahlt? Was muss man selber zahlen? Hier ein Rezept, hier eine Sportbefreiung und so weiter. Also das ist schon komplex, wenn da ein Tool hilft oder die künstliche Intelligenz da schon mal Ordnung reinbringt. Ist allen geholfen. Ja, da ist sehr, sehr viel Potenzial vorhanden in diesem Sektor. Und ja, da freut man sich, wenn solche Unternehmen sich darauf spezialisieren und dort sehr, sehr stark die Innovation vorantreiben. Ja, apropos Innovation, auch Government Services müssen immer mal wieder mit Innovationen überführt werden. Und da sind wir bei der Tetra Tech Inc. Das hat nichts mit dem Tetra Pack aus Deutschland zu tun, aber es geht tatsächlich auch um Waste Management, also auch um Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wasserversorgung, Altlastensanierung, Katastrophenschutz und so weiter. Außer den USA seit den 60er Jahren gibt es das Unternehmen übrigens schon. Ja, es ist letztendlich ein Beratungsingenieurunternehmen, würde man vermutlich hier in Deutschland sagen, dass sich eben auf diese verschiedenen Umweltdienstleistungen, Ressourcenmanagement-Dienstleistungen hier spezialisiert hat. Und es bietet wirklich ein sehr breites Spektrum über die Planung und Beratung bis dann in die technische Umsetzung auch hinaus auf. Und ja, man ist sehr bekannt für seine Expertise in den USA. Und die Aktie auch hat einen schönen Run hier hingelegt nach dieser Konsolidierung im letzten Jahr. Wurde zu Beginn des Jahres wirklich dieser Aufwärtstrend hier nochmal ganz klar aufgenommen. Jeder kleinere Rücksetzer wurde wieder gekauft. Und das hat jetzt auch hier gegipfelt entsprechend mit neuen Hochs über der 200-Dollar-Marke. Und die Aktie ist auch sehr stark zu Beginn des Monats hier performt. Und von daher muss man schauen, ob da in diesem Monat noch mehr Potenzial vorhanden ist oder vielleicht eine kleine Konsolidierung auf hohem Niveau ansteht. Ja, wenn man da noch die richtigen Tools mit in die Beratung einbindet, dann haben vielleicht die anderen Firmen, die wir heute mit aus dem Softwarebereich vorgestellt haben, auch noch was davon. Einer ist mir durchgerutscht bei dem medizinischen Bereich, und zwar die Davida Inc. Das ist nämlich der große oder einer der größten amerikanischen Anbieter von Dialyse-Dienstleistungen für die Patienten, die eben chronische oder akute Nierenversagen beispielsweise haben. Ganz genau. Über die Aktie haben wir im letzten Monat auch schon mal entsprechend gesprochen. Da hat sich auch nicht viel geändert. Die Aktie ist weiterhin hier im mittelfristigen Aufwärtstrend, hat kürzlich ja auch nochmal das vorherige Hoch aus dem März rausgenommen und konsolidiert eigentlich weiterhin hier auf sehr hohem Niveau. Ja, und da sind tatsächlich auch Zahlen, die muss man sich mal in Ruhe anschauen. Also knapp 3000 ambulante Dialyse-Zentren gibt es in den Vereinigten Staaten und weitere Dialyse-Zentren in zehn weiteren Ländern. Über 300 an der Zahl werden auch betrieben und das kann da global natürlich noch ein bisschen ausgebaut werden. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich das ganze Wissen hier ausbauen möchte, ohne jede einzelne Aktie zu kaufen, wie komme ich denn an die Box? Genau, wer vielleicht nicht die Zeit hat, selbst die Aktien jeden Monat zu kaufen und fair zu verkaufen, also diesen Austausch vorzunehmen, das Positionsgrößenmanagement, also das heißt auch die Berechnung der Positionsgrößen, der kann gerne auf unseren Stockbox-Service zurückgreifen. Es gibt hier keine Setup-Gebühren, Performance-Gebühren, Ausgabe, Aufschlag oder was auch immer, sondern das Ganze kostet einmalig 149 Euro pro Jahr, also etwas mehr als 12 Euro im Monat. Dann kann man hier mit dabei sein. Wie gesagt, es wird nur long investiert in die größten Aktien aus dem Nestec 100 und aus dem KI-Sektor, das Ganze ist sehr, sehr transparent, die Regeln sind sehr, sehr klar und ja, man bekommt am ersten Werktag des Monats den Vorschlag per E-Mail, da stehen dann die neuen Aktien drin und dann kann man einfach mit einem Klick in der E-Mail bestätigen und alles andere übernehmen wir dann im Hintergrund. Das heißt, wir tauschen die Aktien aus, wir berechnen die Positionsgrößen und sorgen dafür, dass das Depot immer aktuell bleibt. Das heißt, wenn Sie sich dafür interessieren, gerne mal auf der FreeStocks-Webseite vorbeischauen und wenn es Fragen gibt, wir sind Börsen täglich von 8 bis 22 Uhr erreichbar, per E-Mail, per Chat oder per Telefon, also bei Fragen einfach gerne melden. Und mit dem weiteren Klick noch den YouTube-Kanal abonnieren, dann hat man auch im nächsten Monat wieder das Update hier vorliegen. Ganz genau, wir sind auch im nächsten Monat hier wieder mit dabei mit dem Update, in der Regel am zweiten Freitag des Monats. Ich freue mich drauf und sage schon mal an dich vielen Dank für die vielen Infos und schönes Wochenende. Ich wünsche auch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.